Na hallo zusammen, hier ist wieder euer Tchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und da gab es ja jetzt schon länger kein Video mehr in der Serie, denn wir haben eine Weile jetzt kein Gold mehr gewastet und das wollen wir jetzt wieder ändern. Am Anfang Shadowlands habe ich jetzt erstmal ein bisschen Gold wieder reinfarmen müssen. Wir hatten Ende BFA ja das ein oder andere teure rausgehauen und dementsprechend waren wir ziemlich blank am Ende. Jetzt haben wir wieder so 50, 60 Millionen zusammengefarmt und ich dachte mir, komm, Black Market will mein Gold. Und dort war ich shoppen und ich zeige euch mal, was ich mir geholt habe. Ich habe mir einmal ein Item für 587.000 Gold eingeheimst hier auf Antonidas. Es sind nämlich die T3-Scholtern, die packen wir jetzt einmal raus. Und jetzt haben wir mittlerweile von dem Set 5 von 8 Teilen, jetzt knappe 600k, ist viel Gold tatsächlich. Für die Schultern geht es, muss ich sagen. Da habe ich teilweise auch schon mehr für ein Teil ausgegeben. Ich glaube, ich habe mal fast eine Million für ein Teil rausgehauen. Und da bekanntlich die Schultern immer das teuerste sind, war das jetzt halbwegs okay. Drei Teile brauche ich noch, dann habe ich einmal das T3-Set zumindest für ein Druid komplett fertig und dementsprechend haben wir dann wieder ein Teil abgehackt. Und es gibt nämlich hier sogar eine Heldentat, wenn man das hat. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo gab es bestimmt auch hier den leeren Lagerzugang. Ich weiß gar nicht, ob man den hier auch hatte oder auch nicht. Da muss ich dann mal in SW gucken. Ich meine, ich habe die anderen Teile vom T3-Set aufs Lernlage gepackt. Da werde ich jetzt das hier auch nochmal mit drauf packen. Und ja, mal gucken, wenn ich das komplette Set habe, dann ziehen wir es glaube ich auch mal an. Wird aber wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate dauern. Im Moment ist es leider so, dass man im Black Market nur mitbieten kann, wenn man ein Level 60er Char hat. Und dementsprechend habe ich da so ein bisschen das Problem, dass ich auf den anderen Servern, wo ich aktiv bin, unter anderem bin ich ja auf Lothar, auf Egwin, Antonidas, Ereda, Blackmore. Und ich habe sogar noch einen Char auf Blackrock irgendwo rumliegen. Aber die sind halt alle noch Stufe 50. Bei so vielen Char hat man nicht die Zeit, alle mal zu leveln. Und dementsprechend konnte ich mir da noch nicht die ganzen Items kaufen. Heißt, wir sind im Moment so ein bisschen auf Lothar limitiert. Beziehungsweise, ich habe auch einen Lederchar jetzt mittlerweile auf Lothar habe ich noch einen Lederchar. Da könnte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mitbieten. Bloß habe ich da nicht sonderlich viel Gold. Und da bin ich gerade auch schon wieder so ein bisschen dran, ja, am Gold zu verdienen. Aber das sind noch kleine Häppchen. Und da will ich eigentlich meinen, ich glaube jetzt habe ich eine halbe Million oder so, wo sie mir zusammen gehamstert. Das möchte ich eigentlich ungern raushauen, weil ich brauche dieses Kapital, um wieder größere Investments tätigen zu können. So, jetzt sind wir hier beim Lernlager angekommen. Jetzt muss ich mal gucken, der hier war das, oder? Schau mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich es aufs Lernlager drauf getan habe. Aber hier liegen zumindest ein paar Sachen rum. Jetzt suchen wir mal. Oh boy, habe ich die anderen Teile verkauft? Naja, da muss ich leider transmorgen. Dann packen wir zumindest das hier drauf. Anscheinend habe ich sie weggepackt, ne? So, das kostet 10 Gold, das da drauf zu legen. Ich musste mal meine Bank ein bisschen aufräumen, weil ich keinen Platz mehr hatte vor dem ganzen, ähm, ja, vor dem ganzen Anima-Gedönse, was ich ja für meine Collection-Update immer benutze. Und dementsprechend, ja, habe ich das anscheinend weggetan. Ich dachte, ich habe es auf Lernlager gepackt. Naja, gut, aber transmorgen können wir es ja, denn die Vorlage ist einmal gelernt. Gut, das war es eigentlich schon wieder von dem kleinen Waste of Money. Diesmal nur eine kurze Episode. Wenn ich mal wieder was Größeres kaufe, dann melde ich mich. Ich habe aber in Zukunft vor, wieder das ein oder andere regelmäßigere Item mir zu holen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. War das teuer oder war das billig? Was meint ihr für die T3-Schulter vom Druid? Wird mich interessieren, was ihr dazu meint. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.